Spaß für Kinder Hallo Freunde, ich warte auf den Laster. Er bringt mir heute mal wieder eine grüne Box. Ich glaube, er kommt. Die ist ganz schön schwer. Ah, ich frage mich, was da drin ist. Oh, da ist ja noch was. Tschüss Laster. So, ich bin gespannt, was da drin ist. Ein kleines Auto. Hm, das ist ein Roller. Das ist noch ein Fahrzeug. Das ist ja interessant. Wow. Mal schauen, was noch in der grünen Box ist. Ich habe hier was. Oh, eine Schere. Klebeband. Und kunterbunte Schleifen. Und hier habe ich mehrere Rollen Geschenkpapier. Das sind alles Sachen, die man braucht, um ein Geschenk einzupacken. Ob das wohl Geschenke sind? Mal schauen. Vielleicht ist noch was in der Box. Ein roter Sack. Oh, da ist was drin. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Eine Mütze. Was noch? Was ist das denn? Jetzt ist mir alles klar. Ich muss heute Weihnachtsmann spielen. Und Geschenke verteilen. Hopp. Das wird ein Riesenspaß. Ich fange gleich mal mit dem Einpacken an. Als erstes packe ich den Motorroller ein. Was war's? Ja. Ich habe einen Riesenspaß für den Motorraden. Mein erstes Päckchen ist fertig. Auf dieses Päckchen kommt eine gelbe Schleife. So, ich habe alle Geschenke eingepackt. Die kommen jetzt in den roten Sack. So, die Geschenke sind verstaut. Es ist Zeit, Weihnachtsmann zu werden. Ho, ho, ho. Prima, Papi schläft. Und jetzt das letzte Geschenk. Die Pyjama-Helden sind nicht zu Hause. Ich bin mir sicher, sie sind bei einem Einsatz. Ho, ho, ho. Ich habe alle Geschenke verteilt. Ich hoffe, sie freuen sich darüber. Was steht auf deinem Wunschzettel? Schreib es mir in die Kommentare. Tschüss, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Und dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann,schüarness. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.